Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ist auf deiner Karte markiert. Eine abdringliche Richterin? Wie die? Arrangiert bewaffnete Skartnern gefälligte Rote. Oh. Also ich kriege Unterstützung. Achso, wir können hier Netzwerk nutzen. Stimmt, sagte sie ja. Okay, dann schauen wir doch mal. Was hat sie für uns? KI-Gigant Brokertech gab heute bekannt, dass Daybreak eingestellt wird. Die Neuralkartierungstechnologie, die ewiges Leben ermöglichen soll. Ein Sprecher des Unternehmens hat der Presse mitgeteilt, dass diese Entscheidung aus Respekt vor der kürzlich verstorbenen Gründerin Sky Larson getroffen wurde. Wie das Unternehmen nach dem Tod seiner berühmten Chefin weitermachen wird, ist noch unklar. Ah, jetzt kriegen wir auch unseren Auftrag, okay. Ja, was müssen wir machen? So, wieder am Arsch der Welt fahren und uns Zugang verschaffen, okay. So, ich spende jetzt einen Versuch mal aus, was sie mir hätten mit Sky Larson gerettet. YouTube, dir gefällt was? Ja, bin ich hier nicht richtig? Ja, nicht so, ne? Hui, jepa. Oha, Fuß gebrochen. Warum lauke ich nicht die ganze Zeit ohne Auto hier rum, ja? Irgendwann Auto laufe ich mit dem rum, ne? Auto fahre ich natürlich. So, weil ich ganz schön, was sieht der Teil? Ne, um, ne, um. So. Was du suchst, ist in der Nähe. Mhm. Versuche, ist hier, runter. Wo auch schon ein paar Mal drin waren, ne? Was ist denn am Rande? Moment, was... Okay, alle schön ruhig bleiben. Okay, alle schön ruhig bleiben. Okay. so man so gehen wir weiter du auch sind jetzt getroffene Buddies das Ziel sollte zu hacken sein das Ziel sollte zu hacken sein für diese glorreiche Aussage Bradley Transfer abgeschlossen kann ich jetzt wieder abbauen oder aber ja äh irgendwie raus und hier sind wir auch gekommen fertig dann abgeschlossen juhu das war's das war die tolle super duper Aufgabe wir müssen einfach noch einmal was hacken oder das war's naja da ist wieder eine potenzielle Richterin und hier ist die Hoffnenderin ok wir können das Netzwerk schon mal öfters nutzen hier sind ja allgemein die Standorte von dem Netzwerk wie es scheint Fragezeichen keine ahnung so so ein Getränk oder gar kein Durst verdammte Scheiße wo fahren denn die LKWs rum schau mal ob wir was mitmachen hier danke ok so so ich soll einfach hier lang fahren dann Seite ne ach die erste Seite so 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 das auch direkt hier sogar lull dann also wir brauchen die die Oh, da hat man hier ein bisschen Zaun, ein bisschen rums. So eine Drohne hacken, das ist so. Da kommen wir die. Da kommen wir die. Was war's? Was war die Mission? Willi? Dann gehen wir in den nächsten Auftrag. Das war ehrlich. Eine potenzielle Rekroutin für dich ist auf deiner Karte markiert. Das sind hier einfach die vier. Das sind einfach nur so. Das sind einfach nur so Bilderaufträge, ne? Die haben gar kein Ende einfach. Oh. So. Tut uns echt nix eigentlich. Das Ding zu brauchen. Du bist drin. Finde das Ziel. Ich werde das jetzt beenden. Okay. Shit! 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 Gib schon auf! Ja. Seid auf der Beschuss! Ach. Feindliche Zielversuche. Ergreife Kampfmaßnahmen. Wie peinlich wärst du nicht drauf? Ich bin gekommen. Ergreife feindliche Zielversuche. Jetzt. Ja. Ach so, Alter. Äh. Äh. Na, hier auch rein. Um was machen zu müssen. Oh. Okay, die Tonne ist echt böse an sich. Es wird geschaffen! Da ging es noch schlank. Was? Ich weiß nicht, was ich noch was zu tun. Ein netter Kerl. Biebu, biebu, bieb. Da. Gib auf! Das ist sinnlos! Was findest du? Augen offen halten. Hört ihr auf zu? Mir reicht's! Aufhören! Oh, hier reicht es. Da ist es. Hier kannst du dich reinhacken. Oh. Hat der schon weh? Dann schalte ich mal. Ja. Ja. Wir sind hier in Deckung. So. Erledigt. Würde ich mal sagen. nochmal hier rum. Okay. Wäre schon zur Genüge total. Ich will auch ein Dokument. Transfer abgeschlossen. Hm. So. Wir sind hier fertig. Wir sind hier fertig. Ich muss sagen. Wir sind hier. Ich will. Wie lang. Nee. Wir sind hier wirklich schnell. Ich will. Hier lang. Glaub ich nicht, oder? Aber doch Haben wir uns vergessen gehabt da Ich bin nicht da Da ist ein Künstler Ja, cool Betrag abgeschlossen Gut, ich glaube das ist echt so ein Dauerdinger Einfach nur Für die ganze Zeit Sehr uninteressant Aber auf jeden Fall viele Leute frei Ich glaube das ist schon mal interessant So Haben wir noch ne Mission Keine für uns Unglaublich Ach sie ist jetzt hier Überraschung Knalltüte Zwischen der Arbeit mit 404 Und dem Aufspüren von Sky Larsens Neural kartierten Albträumen Brauchte ich einen Tapetenwechsel Außerdem könnte ich Hilfe gebrauchen Ein schwarzes Taxi hat Fahrerflucht begangen Ist schon etwas her Aber in den Nachrichten kam es nicht Ja? Na und? Überleg doch mal Alle schwarzen Taxis in London sind fahrerlos Durch KI gesteuert Was willst du uns jetzt damit sagen? Dass die Taxis alle gesteuert sind Alle böse sind Oh du bist falsch platziert Das ist eine Kamera Ach so das ist ja die Anwärterin Ach so das ist ja die Anwärterin Das stimmt So Jetzt müssen wir weiter weg gehen oder das? Verlieb eine Statue Kriege ich aber kein Profil? Warum nicht? Das war irgendwas So Da müssen wir hin Ich versuche den Taxi Anfall Ok Machen wir aber doch glatt So Da Da Oh Ein Fahrbahnuntersatz So Suche den Taxi Anfall Ok Machen wir das nochmal Machen wir das nochmal Wo bin ich hier? Alter da Blut Okay Machen wir das nochmal Ok Schauen wir nochmal Oh Ein Krankenwagen Was für eine Schande Ja Oh Dieser tote Mensch hat kurz vor seinem Ableben Codezeilen aus dem Taxi Netzwerk heruntergeladen Anscheinend wurde an dem Netzwerk herumgepfuscht Das ist Amateur Code Reingestopft wie sich ein Kind einen Wachsmalstift in die Nase steckt Es steht sogar ein Kommentar an dem Code Was steht da? Keine Wörter Nur Bitfolgen Kauderwelsch Und dicht genug um nützliche Daten zu gewinnen Ein böser Hackersteuer Taxis um Menschen zu töten? Genau Aber um sicher zu gehen brauche ich mehr Daten Ok wenn wir diesen Hacker wollen brauchen wir mehr Taxis und Bitfolgen Simpel Ich hatte ihn fast! Wo ist der hin? Boah! Zentrale! Wir sollten eine Fahrtung einleiten! Hier kommen wir nicht weiter! Viele Plätze für Gas! Was hast du für mich? What the fuck? Was war das? Also gehören diese Bitfolgen zu einer Audiodatei und kam nicht daher, dass jemand seine Tastatur die Treppe runtergetreten hat. Heck noch ein Taxi, dann kann ich den Rest entschlüsseln. Beeilung! Diese Taxis nehmen wahrscheinlich gerade weitere Ziele ins Visier. Ich habe jetzt genug Bitfolgen, um die Audiodatei zu vervollständigen. Mal sehen! Bei allem Respekt, das sind Brokertag Angestellte, ihre Mitarbeiter, die von ihrem Produkt überfahren werden. Wollen sie denn nicht das Beste für ihre Leute? Sky Larsen weiß genau was das Beste für ihre Angestellten ist, Lieutenant. Und deshalb bleiben die Taxis auch im Betrieb. Aber die Taxis vom Netz zu nehmen, wird auch ihre Bilanz zu nehmen. Was ist denn so ein Sky Larsen und was? Okay. Hups. Ähm, okay. Brokertag Mitarbeiter werden von ihren eigenen Maschinen getötet? Ich habe mir alle Opfer der Taxi Morda angesehen und sie haben zwei Gemeinsamkeiten. Sehr schlechte Reflexe und ihren Arbeitgeber, Brokertag. Heißt das die Taxika IS1 von Sky's Neural kartierten Opfer? Genau. Ein ehemaliger Taxifahrer. Brokertag hat mit der Stadt an automatisierten Taxis gearbeitet. Und jetzt nehmen die Taxis Rache. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich niemand darum kümmern. Was jetzt? Wir müssen diese KI immer noch finden. Hacke ein weiteres Taxi. Vielleicht kann ich den Benutzerverlauf auslesen. Download abgeschlossen. Anscheinend kommen die Code-Änderungen aus einem Parkhaus in Westminster. Ich bezweifle, dass diese widerlichen Schweine bei Brokertag unsere Hilfe verdienen. Aber vielleicht sind sie nicht alle so irre wie Larsen. Die Beziehung zwischen Schöpfer und Werk kann schwierig und komplex sein. Siehe Frankenstein. Frankensteins Braut. Frankensteins Sohn. Kippa. Ja. Vielen Dank, Bagley. Kippa. Das ist ein knapp ist. Das ist der Fall. Er hat das alle. Wir können uns unternehmen. Das ist nicht geeignet, was wir uns vor Ort am hoch hat. Das ist eine Schöpfer. Doch. Der Kontakte war dieses Leben. Das ist glaub, wir sind die Geist. чес. Du bist jetzt dort, wo die Taxis parken und repariert werden. Wir sind hier, um die KI zu finden und zu verhindern, dass sie weiter GPS-Routen durch PokerTag Angestellte plant. Ja natürlich, ich brauche, ich möchte es nur wieder Oh, wow! Wow! Ist das wirklich klopte? Oh. Das ist der Schlüssel eigentlich noch 5, ne? Stimmt ja. So, öffne dich. Und... Fangen wir mit dem raus, ne? So. Warnung! Kerntemperatur steigt. Das können Sie nicht machen. Ich war mein Leben lang Taxifahrer. Ich kenn mich aus. Bitte. Mich nicht. Redundant. Töte sie. Tue ich sie. Verdammte Automatisierung. Nicht autorisierter Zugriff. Gute Fahrzeuge auf lokales Netzwerk. Initiiere Signalinterferenz. Was ist hier los? Die KI leitet Rechenleisten um, um den Löschvorgang zu stoppen. Leider fällt mir dazu kein guter Witz ein. Der verdächtige Schiff... Ehh. Ähh... Ich bin gerade Stucked. Cuck... Schiff! Ich bin Stucked. In der scheiß Trone hier. Oh jetzt. Stopp! Stopp der Scheiße! Hinterher! Werde beschossen! Was soll das Ganze? Erwischt! Ich habe auch noch den hier auf der Fresse. Wie viel? Keine Wahl. Nicht ablehnen. Buch. Unterschreiben. Was für ein Haus. Bin ich? Ich sehe nichts. Widerfahren. Tun wir es. Signalinterferenz fehlgeschlagen. Reboot. Hilfe! Ich habe die Quelle der Signalstörung lokalisiert. Du weißt, was zu tun ist. Was? Was ist das? Ist das? Ich habe die Mikro. Was ist das? Es wird... Huhu! 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 sooo wo kommt ihr denn alle her verdammte scheiße soo ich weiß, was das Ding da da was schon was ich weiß ich weiß ich weiß Was hält denn dieses scheiß Auto aus? Ernsthaft jetzt? Was hält denn dieses scheiß Auto aus dem Raum? An alle Einheiten, an alle Einheiten, fahren Sie zum Alarm-Stattort. Oh Gott! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020